Hallo, mein Name ist Holger Schwetter, ich bin Musikwissenschaftler. Ich bin Wolfgang Senges, ich bin Berater für unabhängige Künstler und Musikstartups. Ich bin Maik Michalke, Diplompsychologe, Musiker und Creative Commons Aktivist der ersten Stunde. Und wir drei sitzen hier als Vertreter der C3S, der Cultural Commons Collecting Society. Die Cultural Commons Collecting Society hat sich zum Ziel gesetzt, eine Alternative zu traditionellen Verwertungsgesellschaften zu bieten, in dem auch die Verwendung von Creative Commons Lizenzen kommerziell genutzt werden kann. Ja, und wir sind jetzt an dem Punkt, nachdem wir uns über den groben Rahmen sozusagen schon sicher sind, die Konzepte detaillierter auszuarbeiten, uns Gedanken zu machen darüber, wie sollen die Nutzungsmodelle, wie sollen die Zahlungsmodelle aussehen, wie können Lizenzierungen aussehen, was soll die Webseite beinhalten. Und das alles wollen wir nicht hinter verschlossenen Türen machen, sondern mit euch, den Musikern und Urhebern zusammen. Vor allem möchten wir auch wissen, wie es aus eurer Sicht aussehen soll, denn es ist eine Lösung, die für euch sein soll und die wir mit euch aufbauen wollen. Und dazu brauchen wir euch auf dem Barcamp. Genau, denn wir möchten diese Konzepte im September in Berlin im Rahmen eines Barcamps mit euch zusammen ausarbeiten und laden euch nicht nur ein, daran teilzunehmen, sondern auch das ganze Projekt jetzt über dieses Crowdfunding finanziell mitzutragen. Und deshalb würden wir uns freuen, wenn wir euch dann Anfang September in Berlin sehen können. Genau, für weitere Infos, guckt bitte auf der Projektseite zum Barcamp und auch auf unserer regulären Webseite, die ihr gleich eingeblendet findet. Ihr könnt aber auch einfach das Projekt frei unterstützen, denn wir sind unabhängig, wir sind nicht finanziert von irgendeiner staatlichen Stelle, nicht gesponsert, wir haben keine Geldgeber im Hintergrund, sondern wir machen das aus eigener Initiative und können jeden Gebrauchende mitmacht. Genau. Richtig. Bis dann in Berlin. Tschüss. Tschüss.